500 Euro in vier Stunden auf den Kopf hauen. Heute startete die erstmals in Potsdam gedrehte Staffel Shopping Queen. Steffi Piano hat zugeschaut. Potsdam, da sage nochmal jemand, TV-Serien aus dem Nachmittagsprogramm seien realitätsfern. Denn was macht Luise, die in drei Stunden ein neues Outfit finden muss? Sie fährt ins Sterncenter. Keine Lust auf Innenstadt, Stau oder Parkplatzsuche. Die Shopping Queen-Bewerberin shoppt bequem im Stadtrandkaufhaus. Zu sehen war das in der ersten Folge der TV-Serie Shopping QEEN, die Vox am Montag zeigte. Das erste Mal in Potsdam. Unsichere geografische Kenntnisse. Es ist das erste Mal, dass der Designer und Gastgeber Guido Maria Kretschmer die Sendung nach Potsdam holt. Entsprechend unsicher sind seine geografischen Kenntnisse. Wo liegt Neuserdin? Und Ludwigs war's? Ludwigsfelder. Denn nur zwei der fünf Damen kommen aus Potsdam, die anderen aus dem Umland. Eingekauft wird aber in Potsdam. Das Motto lautet? Heer wie M-E-T-A-L. Nein, nicht Wacken, wie die Damen zunächst vermuten. Kretschmer klärt auf. Bitte flächig Metall-I-Klug zeigen dort Anführungszeichen. Kretschmer klärt. Man muss aufhören. Vielen Dank.